Und es geht weiter mit MyRise. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei, natürlich BW2K23. Ja Leute, ich schaue gerade, ich bin so ein bisschen Dinger, habe auf das Handy ein bisschen geschaut. Dass Ruth Brooks auf jeden Fall einen Intercontinental-Titel verdient hat. Der sagt, er wird mich nicht mehr mit der Ungerechtigkeit davon kommen lassen. Natürlich die offizielle WWE-Seite hat gepostet. Oh shit. Nein, ich würde auch sagen, der kann noch warten. Ja, Shawn Michaels, wir werden uns unterhalten, chill. Ich muss erst mal meine Sachen hier machen. Die kenne ich auch. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, aber wahrscheinlich meldet ihr euch das gerade jetzt. Oder ich schaue an, uns im Ring zu haben. Aber ein Vertrag ist ein Vertrag. Und eins noch, es wird Tekken. Ich muss in meinem Kalender schauen. Ich verstehe diese Handyaufgaben echt manchmal gar nicht. Aber ich würde jetzt erst mal gegen Demis kämpfen wollen. Ja, ja, ja. Wenn es nicht der Intercontinental-Titel ist. Ich erinnere mich meinen ersten IC-Titel. Aber wenigstens. Weil ich so viele habe. Lose deine Erinnerung in deinem Alter, oder? So sad. Wow. Lock hat die Sprache. Und ich war gerade mit dir alles, was ich weiß, um sein Intercontinental-Titel zu sein. Ich weiß nicht. Ich bin ein echtes Intercontinental-Titel. Es braucht eine wirkliche Intercontinental-Titel mit einem Stylen von ganzen Welt. Und deine Intercontinental-Titel ist... Britannisch? Jappanisch? Lucha? Cleveland? Nein, nein, nein. Ich bin der größte Fremsker-Titel aller Zeiten. Natürlich. Ein Styl definiert von dem Element der Surpreise. Oder wie die Fremsker sagen. Die Fremsker sagen. Sieg eine Schwierigkeit von mir. Sicher? Ich bin das ja, nicht mehr so. Aber genug Sprache. Ich will dir, was ich euch zeigen. Ich zeige dir, was du Intercontinental-Titel ist, was dich ist. In den Klinchen, für deine Titel. Was sagst du? Ja, aber ich habe das wichtiges Unternehmen. Ich habe bereits ein Kjoltes-Mach Titel-Defensel. Na gut, die Fremsker sagen. Das ist das die Fringliche sagen. Komm, Miz, wovor ich will dich kämpfen, ey, was labert, ey, Leute, ich will einfach bitte euch alles hier durchziehen, auch die Nebenquests, auch die Hauptstory, gehen wir das einfach langsam an, wir haben Zeit, wir müssen das alles schnell, schnell machen. Ein impressiver Winn über Madcat Moss. Hier kommt Miz mit einem Schuss auf die Rückseite. Was ist denn da hier? Und jetzt ist Miz, die Frage, die Kage zu werden, das ist absolute Mayhem. Der Champion hat gerade ein Kage-Match überlebt und jetzt ist er mit dem? Der Champion ist sein Bestes, um zurück zu kämpfen, aber Miz hat das Element der Überraschung für die Perfektion gespielt. Kann der Champion kapitalisieren an dieser Eröffnung? Lass mich doch kämpfen. Ich hätte doch noch bekommen, lass mich doch einfach kämpfen, schade. Wenn ich einfach jetzt so die Upgrade-Punkte bekomme, ist mir auch egal. Zyprize mit Yui. Lieber heute, ich bin Zygon, er redet mich schon wieder davon, dass er der größte Freizeit aller Zeiten ist. Verstehst du, Kage? Ich bin so stolz auf dich und auf mich, weil ich dir alles beigebracht habe. Kommt überhaupt einer von euch beiden aus Frankreich? Möchte uns ein Team bilden mit Natalya. Mit Natalya will ich gerne ein Team sein. Natalya. Zyprize. Schade, dass man sich in Trans einfach so mal ausmachen kann, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das muss man halt immer wieder drücken. Feier mit Natalya. Zyprize. Ich glaube, das war schon mit Miss. Ne, 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 ne. Maurice guckt nicht so, ey. Du hast die ganze Zeit gucken. Ich will endlich mein Dinger ändern, mein Stil gefällt mir gar nicht. Ich denke, sie macht sie mit Mariusz hier. Ja, das ist ein Röder Röder Röder. Das geht doch mal zu diesem Soapstück, ey! Ich bekomme ihn mal so schnell. Meine Ausgabe ist jetzt... Jetzt kann ich nichts mehr machen, Maurice. Jetzt kannst du nichts mehr machen, Maurice. Hier sind die Winner, der Destroyer und der Tower. Und diese beiden wirklich die perfekte pair machen. Das hat mir auch geschafft. Da ist er ja wieder. Ja, du hast immer noch eine Chance auf den Intercontinental-Tag. Ja. Wer entkommt, gewinnt. Ja. 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 Wann? Ich klettere raus. Ah stimmt, das heißt jetzt Premium Live Event. Nicht mehr Pay-Per-View. Oh, Combo-Breaker und so. Ja man, perfekt, so muss es sein. Guck mal, der Break-Mein-Combo ey. Also ich spiele das auf jeden Fall auf normalen, nicht auf schwer oder so. Weil auf schwer so geht es viel zu lange dauern. Ich sag's euch wirklich viel zu lange. Oh, Clothesline. Ich geb denen jetzt einen Spind-On, kann ich eigentlich abdüsen, oder? Oh, eine Spear! Die Titel ist nicht mehr, küsse deine Träume, gute Nacht. Ich weiß, ich weiß, hab ich schon mal gedacht. Zack, zack, zack. Was hab ich das raus? Er hat es zu der Top, aber kann er es nicht mehr machen? Was machst du? Das ist der Leinz. Er ist ein Leinz. Er ist ein Leinz. Er kann die Wunsch in diesem Kage-Match. Er hat so lange, um in dieser Position zu sein, aber er ist nur halbwegs zur Krieg. So, das war's. Ich glaube, 2K22 hatte ich auch leicht gespielt, soviel ich weiß. Weil da ging es echt viel zu einfach. Also ich meine gerade mein Reis. Perfekt. Hier ist noch Mustafa Ali. Hm? Ich weiß, wie es sich fühlt, wie ein Outsider hier fühlt. Und ich weiß, wie es sich in einem Kostüm nicht wählt. Das bedeutet, dass du es nicht funktionieren kannst. Ich kann dir helfen, dich zu finden. Wenn du interessiert bist. Was ist für dich? Es lohnt sich, dass wir Freunde haben. Auch für uns Outsiders. Wie geht es? Ich bin da rumgekriegt. Ich bin da rumgekriegt. Es gibt Sachen, da würde ich... Da lasse ich es lieber einfach. Machen wir mit der Story weiter, wollte ich sagen. Aber ich wollte noch aufs Handy gucken. Oh. Ja. 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 Ich würde zwar sagen würden wir wir Sixtus�� wählen wollen gegen den Normale für den Sammy Zayne, Rij Haaland, Aussen Theory. Wir könnten eure Beispiele beeinflussen ohne einen Gegner. Ähm. Ich würde keinen Bock auf die awesome Theory gebaut, ich hätte mich nicht. Ich könnte dir auch so machen. Ich will dominant, ich werde ich denago Astiero sure am serveieren. Ich bin froh aus meiner eigenen Gegner satten. Ich hoffe, ich schaffe es, dass ich so groß bin, dass ich so groß bin, glaube ich auch wieder nicht. Wir kommen uns nicht in die Quere, was ist jetzt ein blöder Film? Ich hoffe, dass ich so groß bin, dass ich so groß bin, dass ich so groß bin. Der Rock stiehlt einfach die Taktik, die Show, ey. Krass, wie soll das gehen? Niemals, wenn der Rock da ist, kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Sieht aber leer aus. Guck mal, da sind sogar ein paar Stellen frei. Guck mal, wer ist mein Gegner? Gunther. Gunther hat sich überlang gestrengt. Guck mal. Hier ist dein Winner, und still, W.W.E. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Also, wie ging es da? Der Spiel ging gut, aber wenn du nicht merkst, die Arena nur halb voll war. Also, nicht gut. Guck mal. 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 tragen. Du bei deinem ersten Live-Event, wenn dein Kasseneinnahmen steigern willst, sag einfach Bescheid. Ich weiß zwei Dinge darüber, wie man es in Hollywood zu etwas bringt. Ich habe das fertig gemacht. Was willst du? Die doch nur Helfeschläge unter der Gürtlinie sind da echt nicht eingebracht. Okay, die streiten sich jetzt wieder. Ey, Dolph, ich habe echt keine Zeit für sowas. Nein, danke. Okay, jetzt geh weg. Okay, Michael. Ich habe mich zurückgekehrt, und ich habe das Gefühl, dass ein viel Erfolg kann, die ich ein Teil von mir war. Aufsicht und aufsichtbar. Ich war stark, willig und independant. Aber in der WWE, du oft findest dich an die Begründung. Versprechen, dass es nächstes Mal besser laufen wird. Die Schuld für das L.A. auf die Revision. Ich versuche, wenn ich die Möglichkeit habe, wieder aufsichtbar, werde ich alles in meinem Macht, um sicherzustellen, dass es nur in der Begründung ist. Natürlich, egal. Aber diese Begründung hat nichts damit zu tun. Es geht alles darum, zu accelerieren deinen Weg nach oben. Und ich denke, es sagt viel, dass ein paar Hübschläge kamen zu uns, um etwas zu bauen, um zu bauen. Also sage ich es wieder. Ich bin dabei. Dann bin ich an Bord. So, who approached you about this? What are my options? The two superstars who want to recruit you are MVP, Randy Orton. Go talk to them, hear what they had to say and decide what's best for your career. Ey, willst du mich grad verarschen? Du bist ein Starfighter zu betreten, dadurch... Ja, ich will jetzt das machen. Was? Randy Orton, ey? Ey, krank. Ich zögere da gar nicht lange, ey. Also Cody Rhodes und so, die waren alle mit Randy Orton und die wurden alle gepusht durch Randy Orton. Krank. Da guck dir den mal, diesen Baba-Typen mal an. Großer Beliebtheit, denn sowohl Randy Orton als auch, wir möchten dich für ihre Fachzeuge, du sollst unbedingt die beiden sprechen. Okay. Ich schreibe erstmal mit Randy Orton. Okay. Ich schreibe erstmal mit Randy Orton Ich habe das Gefühl, was ich hatte in RK-Bro, und es hat mich zu denken, um meinen Start in der WWE, als ich ein Teil eines der größten Faktions aller Zeiten war. Evolution. Ich möchte mich an meine Vergangenheit, indem ich eine sogar bessere Version verbinden. Interessant. Also, wo bin ich? Ich werde der Veteran-Leader, der Triple H-Type. Und ich sehe den Lock und den Phenom-Roll, den ich habe. Du bist noch nicht der Typ, aber mit meiner Hilfe, du bist. Ich denke, dass du und Evolution nicht auf die besten Begriffe haben. Du musst nicht darüber Gedanken machen. Mit mir in Bezug, wird es anders sein. Und wenn die Zeit richtig ist, werde ich die Torch zu dir, und du bist der Weltkampion, wie ich. Wann wird das sein? Ich kann nicht machen, dass es zu dir ist. Der Ball ist in deinem Kord. Ich weiß, was du willst. Das ist eine große Entscheidung. Aber ich verstehe nicht. Leute, da gibt es eigentlich gar nicht viel nachzudenken. Randy Ortonis hundertmal seine Erfolge sind mehr als MVP. Und die MVP sind nur Bobby Lesley. Interkontinentale Champion, The Lock. Es ist ein Freude, Mann. Ich habe Freude, zu sehen, dass du so weit auf Raw zerbrechen. Ja, ich will. Okay. Hört bis nicht. Oh Gott. Ich kenne das alles, was du mit ihm gemacht hast. Ich kenne das viele Kandidaten. Aber nicht über das. Es ist egal, wer noch ein Hurt Business ist. Der Lock ist der Fokus der Gruppe. Die Entscheidung, die ein Hurt Business macht, wird sein, um deinen individuellen Erfolg zu erlangen. Das klingt gut. Ich bin nicht. Der will wieder ein Hurt Business gründen. Ja, du machst gut. Viel Spaß, Digga. Also, ich gehe lieber mit dem Typen, der wo auch mehr mit Tribulation sozusagen... Ja, ich bin bereit für Evolution. Gut. Du hast den richtigen Anruf gemacht. Ich bin sehr sicher in deinen Hurt Business. Aber ich möchte dir einen Crash-Kurs geben, um Dinge zu der Evolution. Ich werde da sein. Was? Evolution? Zeugs? Evolution? Dinger? Was? Ein paar Sachen. Nächstes. Gib den Ton an. Guck mal, Randy Orton, ey. Wenn ich den an meiner Seite schon sehe. Ja, jetzt chill doch mal, Kollege, ey. Ich will jetzt erstmal einen Lauf-Angriff landen. So, lass... Schwere Kombos. Und zack. Ich schaue. Ich schaue. Zack. Zack. so ready weiss randy will das richtig man ich hoffe da sind echt gute leute mit dabei eine neue evolution wird gegründet und ich bin der kopf dieser bande krank ich liebe es ich feier es jetzt schon ok ich glaube jetzt kommt eine richtig krass sequenz glaube ich ja ja Was ist das? Wir haben diese zwei Team gesehen, aber ich dachte, es war nur eine ganze Zeit. Wir haben die Rundfunk von Randy Orton gehört. Das ist die neue Erkennung der Erkennung der Erkennung. Erkennung von Orton, Erkennung ist hier auf Raw. Und sie bereit sind. Ich bin 20 Jahre lang vor dem Flashbacks. Ey, krank, wie das aussah. Krank. Ey, nein, ich feiere das gerade übel. Evolution einfach. Ey, man, diese Zeit früher. Ich freue mich gerade, dass ich das einfach spielen kann. Ich bin so krass dankbar dafür. Geil. Es ist noch mit Dinger gekommen, Limousine und so. Ähm. Ach so, ja. Die Leute denken sich gerade, hey, was geht hier ab, ey? So, bevor wir weitermachen. Maximum Mail Mist Kerle. Ah, die kommen jetzt oder was? Ähm. Social Media habe ich nichts. Hier kann ich auch nichts machen. Ich drück mal drauf. Ich will gerade gar nichts mehr laufen. Ich will gerade gar nichts mehr laufen. Aber jetzt möchte ich dem gesamten WWE-Universum zeigen, dass wir Dinge hier auf Raw machen. Als ich in der originalen Evolution war, haben wir das gemacht, indem wir mehrere Rundfunker behalten. Also werden wir das gleiche machen. Ich dachte, du sagst, ich muss meine Rundfunker warten, um die WWE-Rundfunk zu gehen. Ja, du sagst. Ich benutze meine Rundfunker, um uns ein match für die Street Profits Raw Tag Team Championships zu gewinnen. Wir können die Street Profits gewinnen. Kein Problem. Ich mag deine Hoffnung, aber es ist nicht nur die Street Profits. Es ist ein Triple Threat-Match, mit ihnen und der Team von Carmelo Hayes und Almas von den MVPs Re-Launched Her-Business. Die Rundfunker sind alle Reboote machen. Ja, aber unsere ist besser. Ich habe entschieden, Sie zwei auch die Evolution verbrechen. Ich will die Tag Titel. Ich will mich nicht, ich will mich nicht. Aber diesen Match machen wir auf jeden Fall noch. Wie kommen wir rein? Kommen wir zu zweit jetzt rein oder zu dritt oder wie kommen wir rein? Jetzt. So sehe ich eigentlich aus. Ja, sieht so krass aus. Genau, ich habe meine... Hey, endlich! Und das ist Neuauflage von Herk Business. Okay, gut, dass ich bei Randy geblieben bin. Und dann auch die Street Profit. Und das ist eine große Herausforderung. Und sie werden über die Karmel Hayes mit der Tags zu gehen. Ich weiß nicht, dass ich so viel talent in eine Runde in einem Zeitraum zu sehen kann. Ja, Saxon hat sicherlich eine Goldfisch-Karte. Aber er ist richtig. Der Tornado-Tornado-Tag-Match ist so gut. Und ich bin, ich bin, auf dem, dass Randy Orton'un neue Evolution aufhörst. Das war einfach falsch. Du bist besser als das. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein Räuf! Das ist ein Räuf! Das ist ein Räuf! Oh shit, almost. Und jetzt ein PIN für die Champion! Ja, nein, er hat nicht die 3! Wie? Wie? In ein guter Bewegung, wie wir gerade gesehen haben. Was ist das? 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 Das war Das war Aber am Ende hat der Erfahrung der Champions-Gemeinsam überhaupt siegt. Überall verpackt. Aber ich bin sicher, dass wir sie noch lange nicht zum letzten Mal gesehen haben. Schade. Schade. Was wird jetzt Randy sagen, ey. Nachdem, was ich heute gesehen habe, bin ich froh, dass ich einen nicht rekrutiert habe. Ja, komm jetzt. We want the smoke. Ah, shit. Okay. Und da sind die Randy. Aber Leute, das war's jetzt mit der Folge. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Es wird echt spannend langsam, aber ewig spannend. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles fällig. Ich habe auch eine Playlist jetzt erstellt für, natürlich für My Story, also My Rise. Es sind sowieso nur zwei Folgen gerade, die und die. Und natürlich auch Showcase von Sina habe ich auch gemacht. Könnt ihr auch direkt vorbeischauen. Wenn ihr Bock habt und Hilfe braucht, Hade.